Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute sind wir international unterwegs und zwar in Luxemburg. Heute gehen wir dort eine Traumschleife und zwar den Mandanacher Fields. Er ist etwa 10 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann bleibt dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Das war schon sehr beeindruckend. Habt ihr das gelesen? Das sind 100 Treppen. Ich wäre schon froh, wenn ich da oben wäre. Leute, ich hab's geschafft. Das war nicht so schlimm, wie's aussieht. Wir laufen gerade durch den idyllischen Schluchtenwald. Richtig cool hier. Seit wir den Zuweg verlassen haben, sind wir eigentlich nur auf Fahrten gegangen. Richtig coole Sache. Das war's. 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 Stewie. Das war's. Und dann kommen wir wieder zum Ende unserer Tor. Die Tour hat uns sehr gut gefallen. Vor allem, weil der Weg fahrtartig war. Und deswegen einen Daumen hoch. ich bedanke mich dass ihr wieder rein geschaut habt wenn es gefallen hat einfach einen daumen hoch und wenn ihr noch kein kostenloses abo da gelassen habt einfach eins da lassen vielen vielen dank und bevor ich es vergesse übermorgen wünsche ich euch einen schönen silvesterabend und am ersten januar natürlich ein frohes neues jahr bis bald so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020